hey leute was gehabt zu einem video von mir heute ich bin mir wieder renkt mit jayden ja wir wollen heute erreichen gold 1 oder so vielleicht schon ja safe gold gold 2 schon okay ich bin selber drei für mich können das sogar sein für dich weiß ich nicht bis 1 oder der silber 12 12 1 1 ja ist eine gute runde noch dann sehen wir uns in der runde so jungs runde 2 jane wo landen ja ich würde sagen ohne kreis ich bin schon leicht besser geworden dass ich weiß wenigstens ein bisschen bau immer noch nicht gut wie ich springt sehr genau auf ehe kann man euch wirklich merken schreibt wir heute auch gerne tipps in die kommentare würde mir sehr helfen was ist ziel für die runde ja eigentlich schon mit gold 1 erreichen für mich ich habe mir nicht weit worden schaut jetzt hatte kommt bei mir die waffen ja alles der war hier im raum drin er ist über mir aber nicht ich brauche die hülle bevorderung hat er hier ich gehe hinter dir hinter dir hinter dir mit gar nicht was ich hab mir dann ich hab mal diese karteiher die karteihe der dies um musik achten um die zu mir wird da hat sich das läuft er war schon hier die werden vor mir sein man schießen erstmals beteiligt und dann schädlichen angeboten bist du hast du einer ja ja nein du hast schon weg gott und ich konnte nicht klettern deswegen bin ich runter gefallen mich über lust habe ihn da geschossen und ich bin so irgendwas er hat mir gedacht die müde ich bin 110 zählen oder der ist zu gut für mich 24 headshot ich gehe holen tot 110 ich finde ich immer kriegt ja auch da oben wenn ich den treffer bin ich habe das zwei oder welt die beste spieler die anderen werden kommt ja und jetzt weckern komischer flopper oder der warte gehen nicht rein wieso weil die haben uns jetzt mal kämpfen aber jetzt mein gott du bist der beste und ich bin so scheiße mit den brüchen und du bist ja jetzt ich oh mein gott finde ich und freue mich direkt wieder kommen wir schneller hier 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 pass auf hier weiter hier weiter hier 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 immer bauen an ihren warte ist dort was kann ich bauen hier war gekommen besser erst eines der wälder 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 der full box das erste runde jungs damit gold 1 ich habe kein prozent bekommen doch doch ja spaß 103 prozent 98 prozent jungs damit runde 2 let's go so jungs runde 2 let's go wo land mit ok dann ab nach runde 2 habe ich den markiert keine ahnung ich hasse es eigentlich am anfang zu folgen aber noch kein richtig drei leute bei mir wo ist denn der flopper ich habe keine munition mehr 94 dead wo seid denn hier ganz oben der ist draußen hier bei mir bei mir das weit mit 60 pappen noch zwei kommen noch zwei kommen nicht zwei dann will die oh mein gott ich habe ein ein pistolenschuss und vier mp schuss schaut gerne die kommentare welcher rang ihr seid aktuell in fordner bringt egal ob null bauen oder schreibt hin wenn ihr zwei rangs habt dann schreibt hin bauen und dann null bauen immer schön auf der richtigen spur kommt das schießt du so auf der rente weg die gar erst so low ich hole den anderen mit ich habe den vor das ich sehe nicht ich sehe nicht ich weiß nicht wo ist hingelaufen hier vorne der potters bei mir bitte ja bruder chill doch man das schild kannst du noch ausfüllen auf dich und erzählen ich glaube die wollen mensch bodelsaft haben 68 und du hast die baum gekillt der 110 krise ja okay frühbox schießt jetzt runter das hat die wissen von rechts und rechts von rechts hinter uns hinter uns oder was auf machen den team hier es gibt ein jahr das können 80 jahre von weg ich kann nicht leute das ist ja ich bin jetzt tot ich brauche ich brauche ich will ich warte hat der wasser hat der was ist hier weg damit sie habe ich es geschafft in sie können ich hatte viel es fehlt noch das hat schon cool mal zu oder zehn block mein gerd der slow den kannst du holen holen scheiße hallo scheiße vergessen wo war er gar nicht gesehen bei mir und mir und mir und mir bitte 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 wenn sie spielen hier das schildmann was ist denn das 100 tot ich komme mit schild gar nicht klar sehen wir müssen diesen schlecht da kommt einer mit motorrad 110 der ist dort alles nach wann er ist noch er ist unter gespürt und mir ich habe einfach ich kann mich nicht reden ich kann ich brauche ich habe einfach irgendeinen lockt bekommen ach so jetzt habe ich du hast drei drei war es gut eine 20 kinder frank easy vielleicht soll ich sogar noch ablenk ich bin 98 prozent 103 plus heißt okay ist gut sag ich ehrlich ich hab 100 ich hab 102 plus was ein bisschen komisch ist naja ist richtig so eigentlich so jungs hunde 3 let's go 200 die streak muss eigentlich erhalten bleiben aber so jede runde natürlich schwerer deswegen let's go in die nächste runde so jungs dritte runde let's go back to back win maybe back to back back und back to back to back auf jeden fall das schon drin vielleicht wieder riski es gewiss ja wenn man das geht ich glaube nicht gut sage ich dir ganz ehrlich ich hab kurz mein augen zu gemacht noch einmal bin ich auf ganz unten einmal stehe ich rum okay okay jetzt also ich verstehe das zwei leute wenn ich so eine ich bin dort noch ein warst du auch hier ich bin auch mit glücken wenn es jeden fall schon besser geworden aber ich habe jetzt gerade noch wo jemand kann das glaube ich nicht so krank vergleichen und mir jetzt ach du scheiße 30 30 kurzen geben das oben das oben ein geschütz kann dann das weg ich glaube der heute eine karte ist von der meter der gold ich kann noch nicht bauen ich kann ich meine waffen nicht er ist wünschen da kommt jetzt oben des oben ich bin ich von außen ein bisschen dauernd mal piken alter wirklich ich komme nicht mehr pushen ich bin da wo es ist ein geschützter der konton gut vorgewandt ich jetzt danke dir was macht er jetzt starke singt hat schaut da kommen wir schon recht mein gott da kommt einer mit motorrad und einer unten am fluss hinter den wir sind die pass auf kommen die kommen die haben 116 er ist mit dem der hat dicker der die unten die unten da tot 116 tot stark und das süß von rechts auf die insel der insel hat übel auge auf mich ja die bei mir bei mir die komme ich burschen hallo schon vorhin gesagt von inseln die insel meint von der insel dies hat das gespawnt ja aber dahin ach so drückt okay erst halb dich ach da bruder ich habe nicht gesehen hast du gesehen hast du sie gesehen ja sagst du mir nichts hinter die ende da kommt einer da kommt einer da kommt einer herr bin ich ich bin im boden er hat sich selber getötet mache was machst du runter gesprungen mich erschrocken aber noch nicht gezählt peter zeigt auf mich peter tot ich wollte ihn wieder erholt ihn wieder weißen geschützt ja 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 gibt die tour und ich habe gott 5 api hatte ich das aufkommt streams einfach auf karte bin jetzt wohl natürlich drei runden miteinander gewonnen das muss man oh mein gott warte ich mache ich gebe einmal kurz vor wirklich oh mein gott brau muss ja nicht übertreiben ich war zwar auch nicht krass oder ich war in ende seiner fresse hatte welcher ein wenig ich glaube du hast zwei ringe musst du eigentlich okay ja wir haben nur noch zwei gold drei jetzt der gold 3 gold 1 so leute das war's mit dem video heute nur drei runden da wir nicht gedacht hätten dass wir einfach drei sieger holen ich bin jetzt gold 3 ich glaube 57 prozent james bist du gold 1 92 prozent damit das ist auf jeden fall besser als vor die drei siegen großes dank natürlich an jaden der mich halt mal wieder komplett durchgekarriert hat aber ich habe denke ich denke ich denke ich schon dass ich dass ich mich verbessert habe muss ich hatte echt was sagen weil ich kann am anfang gar nichts und jetzt habe ich glaube ich in der runde 3 kriska ist das angebot gilt sollte ein video von mir 100 likes bekommen mit jaden werde ich etwas schenken auf seiner account bis zu 1000 von der wachs das welche noch aufnehmen genau dann würde ich erst mal sagen dass alle like da lassen kommen wieder ohne abo und ciao wenn mir nicht sieht are weißt die gleiche wir sollen wir wollen wir wollen auf